Was ist gerecht? Darüber sprechen wir hier bei Justice Baby, dem Podcast zu Recht und Gerechtigkeit. Und zwar mit tollen Leuten aus Gesellschaft, Justiz, Wissenschaft und Kultur. Wie sehr prägt Recht unsere Realität? Und wie können auch wir und vor allem auch ihr die Regeln für unser Zusammenleben mitgestalten? In den letzten Wochen und Monaten hat uns dazu super viel Feedback erreicht. Tausend Dank deswegen an euch dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zu schreiben und zu kommentieren. Auf all eure Fragen wollen wir in den nächsten Folgen dieser Staffel unbedingt eingehen. Deswegen machen wir eine kleine kreative Sendepause und sind in wenigen Wochen wieder zurück. Bis dahin hört doch mal in die letzten Folgen von Justice Baby rein, ob auf dem Weg zum Freibad, zur Arbeit oder in den Urlaub. Mein Name ist Katrin Schön, ich moderiere diesen Podcast und freue mich, wenn ihr Ende Juli wieder reinhört. Bis bald, einen schönen Sommer. Ein Podcastprojekt der Stiftung Forum Recht. Stiftung Forum oblessioniert, Slide 50n. Prost Hardingwelt